Musik Sehr geehrte Frau Präsidentin, Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger, Ich finde es schon richtig und wichtig, bei dieser Gelegenheit auch mal das Grundsätzliche zu diskutieren. Wenn es denn um den Rundfunkbeitrag von nicht wenigen auch als Zwangsgebühr empfundene monatlich zu zahlende indirekte Steuer, kann man ja fast sagen, geht. Gerade weil auch immer mehr Bürger in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern ein Problem haben mit dem öffentlichen Rundfunk, wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie er derzeit arbeitet. Und nicht wenige schauen da auch etwas neidisch nach Westen, nämlich ins Vereinigte Königreich, wo die Regierung Johnson ja nun auch gerade dabei ist, den dortigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einmal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und an dem System an sich das ein oder andere justieren zu wollen. Das wäre hier auch in Deutschland angebracht. Denn die Zeiten, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Meinungsvielfalt des ganzen Volkes und aller politischen Lager abgebildet hat, sind ja nun längst vorbei. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist herabgesunken zu einer Propagandamaschine des Establishments. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist leider so, auch wenn das Nordmagazin noch so toll ist. Das ist ja nur eine Sendung unter sehr, sehr vielen. Und da fände sich dann sicher auch adäquate Ersatz unter anderen Bedingungen. Nein, 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 nicht unter meinen Bedingungen. Aber es ist doch nun mal ein Faktum. Es ist doch nun mal ein Faktum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht erst seit kurzem, sondern schon seit längerer Zeit die Gräben in Deutschland vertieft. Ich darf da nur an den jüngsten Vorfall erinnern, dass sogenannte Oma geht oder auch international Gräben aufreißt, wenn die Tagesschau zum Beispiel behauptet, der Staat Israel wäre nicht in der Lage, dem Holocaust anständig zu gedenken. Das sind keine Schnitzer oder keine zufälligen Vorkommnisse. Das sind systemische Probleme. Und deswegen muss man an das System insgesamt ran. Und da reicht es auch nicht, jetzt hier diesen an sich für sich genommen sicherlich guten Gesetzentwurf zuzustimmen. Sondern man sollte dann wirklich mal schauen, ist der öffentliche Rundfunk in dieser Form, wie er derzeit existiert, überhaupt noch zeitgemäß und der politischen Lage und den politischen Gegebenheiten in Deutschland entsprechend. Ich glaube nicht, viele andere Leute sehen das auch so, weswegen sich ja auch der Widerstand wächst gegen das GEZ-System und weiter wachsen wird. Danke.